Ich mach jetzt einen Draft, Mann. Ich mach einen Draft, ich such dich aus, okay? Ich mach einen Draft für dich, okay? Mach einen Draft, aber übertreib nicht. Okay, ich übertreib nicht. Ich übertreib nicht. Was ist geworden? Keine schwarze Kacke. Online Draft. Jungs, der dumm. Ja. Ja? Ja. Ähm... Das hier? Nein. Mach einen... Das da drunter. Nee, 4-4-2. Flache Flunder. Flache Flunder. Bist du dir draus, okay? Ja. Oh! Okay. Ilias, du bist ganz schön breit. Dankeschön. Abo! Widerst du nicht? Jordan Arsene hat unter deinem Bild kommentiert. Ja. Das war so primitive zu gehen. Abo! Das ist schon Ege, wie das Deutsch. Ege! Ege! Zeg, Alter. Nimm Kampel. Abo! Weiß ich. Was ist das? Griffo. Abo! Abo! John wechselt dein Bruder zur Hertha U23. Oh mein Gott. Anscheinend nicht. Was ist das? Nimm Euling. Aber wir bekommen doch. Tschüss, Junge. Was ist das für ein Drecksdruck? Abo! Hä? Nimm. Schlimmster Druck. Abo! Hast du den schlimmsten Druck? Abo! Abo! Ich hab ihn gestern gehabt. Abo! Tschüss, Junge. Oh, Rupert. Das ist eine englische Liga. Ich hab ihn spekuliert. Ich hab ihn. Oh Gott, ich mach mal die Taktik. Ich mach mal nicht, Mann. Mach ich auch. Abo! Abo! Er sieht genau so aus wie der Ruten. Ich schwöre. Nimm ihn. Ja, du. John, was ist dein erster Verein gewesen? Chemnitz FC. Ich weiß nicht, immer blau. Chemnitz. Unsere Farben im Herzen. Dem Verein immer treu. Chemnitz AFC. Lass uns nach vorne schauen. Die Fans sind immer für ihr starrt. Achmat! Haut dein Abo aus. Dankeschön. Darauf könnt ihr bauen. Russo Rune. Russo Rune. Chemnitz AFC. Wir sind die Himmelblau. Bay Bay. Oder Eriksen. 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 Mach William mal da nennen. Links mit der Rett. Unere Farben im Herzen. Und der zählt immer den Besten, der da kommt. Eriksen. Eriksen. Sonny Montana 77. Sonny Montana hat ein Abo aus. Dankeschön. Aaaaaaah. Maneja. Guten Morgen. Maneja. Uuuh. Ach, Deren, den Bruder hat bei FC Amberg gespielt. Abo! Ja. Der hat mir Schuhe von dir geschenkt. Achso. Fabinho, Irmann. Bester Stream, Dankeschön. Leute, noch konstant sind wir hier. Zwischen 250 und 300 Zuschauer. Dankeschön, die wir zum Schinen. Aboaaaaaaah aach. Nürnberg? Ja, ja, ja. Warte, warte. Schwischenverzüge. Mach auf, nirgends. Nimm Walker. Nimm Walker. Schau mal Info. Mach Torwart. Mach Torwart. Hey, was heißt denn? Schau jetzt mal was. Wir sollten jetzt ein paar Twitch-Panions machen. Ja. Sonny Tower ist eine Legende. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass es funktioniert. Das bringt nichts. Das ist aber wichtig. Das heißt D-Man. Das ist besser als Neuer. Jordan ist crazy. Das ist Neues. Jordan, hast du Geburtstag oder was? Ich will dich nicht. Beppe. Okay. Ist ein gutes Team? Ist okay. Denk nochmal nach, wie lange du mich kennst. Du hattest Bling-Bling, da war ich noch ein Kind. Jetzt mach ich ein bisschen Eis hin, dann kann ich ihn gut abbilden. Du hast Wasser, Dicke. Dicke. Hattest du nicht mehr? Der ist ein Teiler und alle durchsachen. Ich hab nichts auf dem an. Ey, ich finde das aus Mund, Dicke. Mal ein Glas. Mal ein Glas für dich zu nehmen. Ein Französischer. Das ist total dumm. Hey, Dicke, ich hab nichts auf der Bank. Hast du mir ein Glas für uns denn? Okay. Du geh rein. So, ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Macht jetzt jemand im Krankenhaus an und auf einmal volle Lautstärke. Abooo und Alarm geguckt.